Karl sitzt, wie er sitzt. Schon alle, die ja. Und die davor, wie es immer war. Sie haben ihm gerade die Spritze gegeben, wie schon so oft in seinem Leben. Ob er sie brauchte, ist denen egal. Sie fragen danach kein einziges Mal, denn sie sind nur daran interessiert, dass Karl ihnen hier nicht zu schnell krepiert. Karls Eltern sind schon lange tot. Sie haben sie irgendwann abgeholt. Nicht in der Nacht, wie man denken mag, sondern mit Transporter am herrlichen Tag. Doch Karl ist noch da und ein paar seiner Freunde irgendwo in diesem Gebäude. Er kann sie nur hören, hat sie nie gesehen, kann sie nicht besuchen, sich nicht mal bewegen. Er weiß nicht, wie Tageslicht aussieht, weiß nicht, wie eine Wiese blüht. Der Duft von Moos, das Plätschern von Regen sind ihm völlig fremd. Doch das ist okay, denn was er nicht kennt, kann ihm nicht fehlen, sagen die, die ihn jeden Tag quälen. Und sich in tausenden von Jahren über seine Rasse erhoben haben. Das war damals so nicht abzusehen, denn alles schien seinen Gang zu gehen. Karl schließt die Augen. Irgendwann darf auch er ins Restaurant. Wie er immer hörte, ein sehr feiner Laden für reiche Schweine, die richtig Geld haben. Die greifen für zartes Menschenfilet so richtig tief ins Portemonnaie. Und Karl ist dann das Hauptgericht und hat sein Scheißleben hinter sich. Und Karl ist dann das Hauptgericht.